Treffen Sie Monika und Walter. Sie sind vor kurzem nach Thailand gezogen und haben beschlossen, eine Villa in Hua Hin zu kaufen. Während sie am Strand von Kotau frische Kokosnüsse genießen, entdecken Monika und Walter das Manora Village Hua Hin. Ein luxuriöses Ferienresort mit professionellem Service und unter Schweizer Leitung. Sie kontaktieren die Manora-Maklerin und vereinbaren einen Termin, um das Ressort und mehrere zum Verkauf stehende Villen zu besichtigen. Nach einer kurzen Fahrt vom Strand kommen Sie im Manora Village 1 an, wo sich das Büro befindet. Zunächst erklärt die Maklerin das Konzept von Manora Village. Sie zeigt den Grundriss der verschiedenen Villen und erläutert detailliert den gesamten Ablauf. Beim Kauf einer Immobilie in Thailand. Nachdem Monika und Walter alles verstanden haben, führt die Agentin sie zu einer Tour durch die Wohnanlage im Manora Village 1. Ein großer Gemeinschaftspool, weitläufige tropische Gärten und eine herrliche Aussicht auf die umliegenden Berge sind nur einige der Eigenschaften, von denen Monika und Walter beeindruckt sind. Monika liebt den offenen Wohnbereich und ihr Lieblingsteil ist die moderne, voll ausgestattete Küche. Während Walter die Privatsphäre des Schlafzimmers im zweiten Stock und die Idee eines eigenen privaten Swimmingpools schätzt. Nach der Besichtigung der Villen im Manora Village 1 geht es weiter mit einer Tour durch das Manora Village 3 Resort. Alle Villen sind komplett möbliert, dekoriert und mit allen notwendigen Geräten ausgestattet. Mit anderen Worten, die Häuser sind sofort bezugsbereit. Nach einem erlebnisreichen Tag, an dem Walter und Monika mehrere schöne Häuser angeschaut und alle Informationen erhalten haben, beschließen sie den Kauf einer Immobilie in Hua Hin dringend in Betracht zu ziehen. Eine Woche später rufen sie die Manora-Maklerin mit tollen Neuigkeiten an. Sie haben sich entschieden, welches Haus sie kaufen wollen. Nachdem der gesamte Papierkram erledigt ist, sind Monika und Walter endlich in ihrem eigenen tropischen Paradies angekommen. Die Manora-Agentin begrüßt sie mit den Schlüsseln ihres neuen Zuhauses, damit sie endlich ihr neues Abenteuer genießen können. Seien Sie wie Monika und Walter. Finden Sie Ihr neues Zuhause im Manora Village Hua Hin. Finden Sie Ihres Zuhause im Manora Village. Evelyn Schubert